Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute will ich das iPhone 12 mit der Sony A7 III vergleichen. Ich mache ganz viele sehr ähnliche bis gleiche Fotos, die ich dir dann einblende nebeneinander, so dass du mitraten kannst, welches Bild wurde mit dem iPhone gemacht und welches mit der 3000 Euro Kamera. Wir wollen heute einfach mal vergleichen, wie gut die Kamera vom iPhone 12 ist. Was kann sie, was kann sie nicht, wo sind die Schwächen, wo sind vielleicht die Schwachpunkte und kann so ein kleines Gerät, das man immer in der Tasche hat, vielleicht so eine Kamera ersetzen. Ganz wichtig, ich werde jedes Mal die Bilder für ein paar Sekunden einblenden, so dass du Zeit hast, dir beide genau anzugucken, zu entscheiden, was du denkst, welches ist mit dem iPhone und welches ist mit der Kamera gemacht. Und dann kannst du mitraten, vielleicht sogar in die Kommentare schreiben, wie viele du richtig hattest und was du vielleicht niemals gedacht hättest. Dann schauen wir mal, ob das iPhone mithalten kann. Und dann sehen wir mal, ob das iPhone anzuschauen, wie viele meine Bilder im Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.